Die Katakomben, 31 Silber, na immerhin. Warte ganz kurz, ich glaube das waren die Katakomben. Kondensation, ja genau. Weil ich wollte ein paar Köpfe einschlagen. Oh, eins von fünf. Okay. Moment, da kann ich auch gucken, habe ich ansonsten, also im ersten Kapitel habe ich nichts, nicht genug gemacht. Und im siebten Kapitel, ansonsten habe ich immer alles gemacht, sehr schön. Was ist hier? Azor, ahai! Ha, 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 ich wusste, ich würde euch wiedersehen. Sie kommen immer zurück. Ihr wollt noch einmal kämpfen, nicht wahr? Es gibt nichts besseres, als einen guten Kampf, um seine Sorgen zu vergessen. Wie recht ihr doch habt. Jeder erinnert sich an euren Kampf gegen Erog. Außerdem ist es gut fürs Geschäft. Nun, umso besser. Ich hatte nicht vor, allein um des Ruhmes willen zu kämpfen. In der Tat, ihr werdet für den Kampf reich entlohnt. Wie auch alle anderen Kämpfer hier. Der Rest ist Silber. Vorerst biete ich euch mehr als zwölf Silberhirsche, wenn ihr eure Gegner besiegt. Je mehr Kämpfe ihr gewinnt, desto höher wird die Summe. Einverstanden. Wer ist dieses Mal mein Gegner? Das darf ich nicht verraten. Tut mir leid. Auf euch wartet dieses Mal eine Überraschung. Ein Bär. Habt ihr Angst? Wollt ihr nicht mehr kämpfen? Sagt meinem Gegner, dass ich gegen ihn kämpfen werde, wer auch immer er sein mag. Perfekt. Macht euch dort unten bereit. Ihr werdet schon bald kämpfen. Gut. Dann... Kann ich irgendwie wahrscheinlich hier runterlaufen, mich vorbereiten. Hat er Heiltränke. Diese Substanz wirkt sich auf die Siegkraft des Gegners. Traumwein. Und heilt leichte Verletzungen. Naja, gut. Komm. Besser als gar nichts. Gut. Dann speichern. Und es wird Zeit, Köpfe einzuschlagen. Seid ihr bereit? Es kann losgehen. Möge sein Blut auf dem Boden verteilt werden. Ich glaube, das kann nicht überspringen. Sie begrüßt alle Azor Ahai, den Champion, der den berühmten Erog besiegte. Daher wird sich dieser Mann vor euch, Ronel Rubeck, stellen. Okay. Und seinen zwei Brüdern. Errocks Fluch wird gegen dieses unglaublich... Was? Und damit nicht genug. Eine ihrer Waffen ist mit tödlichem Gift überzogen. Wollte mich verarschen. Je schwerer seine Wunden, desto wirksamer wird das Gift. Er sollte besser so schnell wie möglich herausfinden, welcher der drei die tödliche Waffe... Ossifer. Ihr seid wahnsinnig. Das war nicht abgesprochen. Das macht eine gute Darbietung aus, mein Freund. Das Unerwartete. Möge die Flamme mich beschützen. Azor Ahai! Azor Ahai! Azor Ahai! Okay. Der Typ links hat mich gerade geschlagen. Davon kam... Ah hier, Flammenwaffe. Azor Ahai! du bist nur einer der gebrüder rubeck steht noch der zerfetzt jetzt hätte ich gern auch animationen wie bei witcher dass er einfach mal sowieso der mir so verliebt und so krieg ich das gegen mittel ich kann nichts aufnehmen okay schade nur 20 erfahrungspunkte na gut dann weiter geht's ihr seid zu weit gegangen das werdet ihr bereuen der krieger beschütze mich beruhigt euch mein lieber jung beruhigen fandet ihr das etwa lustig ihr werdet dafür bezahlen mich derartig benutzt zu haben wartet wartet die menge ruft euren namen der kampf brachte viel geld ein bitteschön hier ist eure belohnung und ein kleiner bonus für die unangenehme überraschung ich finde mich nicht mit einem kleinen bonus ab gibt mir die hälfte der einnahmen dieses kampfes die hälfte ihr habt keine andere wahl na gut in ordnung das ist fair beruhigt euch wieder wenn die leute herausfinden was hier vor sich geht wird die darbietung nichts mehr weiter als ein schauspiel sein versucht das noch einmal mit mir und es wird überhaupt keine darbietung mehr geben ist ja gut ihr habt mein wort keine derartigen spielchen mehr hier bitte eure münzen ihr seid wirklich ein sehr verhandlungspartner ihr wollt erneut kämpfen ihr könnt dies sofort tun wenn ihr wünscht ja komm das würde ich begrüßen perfekt nun da euer namen in aller munde ist steigen die es gibt keinen grund die veranstaltung zu verkaufen sehr gut sagt ihr werdet euch sehr simon stellen einem ritter aus der weite der ebenfalls den wettkampf liebt na endlich jemand mit militärischer ausbildung das macht den kampf interessanter in der tat und ich habe eine neue regel eingeführt von nun an kann jeder der seinen gegner niederschlägt selbst entscheiden ob er ihn verschonen oder töten möchte die menge kann schreien wie sie will aber die entscheidung obliegt dem sieger ist es nicht großzügig wie ihr seht habe sogar ich ein herz natürlich ich habe nie daran gezweifelt und wie viel kriege ich dieses mal wenn ich gewinne ich gebe euch 40 silberhirsche wenn ihr gewinnt das ist ziemlich viel also abgemacht sag diesem simon dass ich gegen ihn kämpfen werde ausgezeichnet macht euch bereit ihr werdet schon bald kämpfen ich hatte schon angst dass das spiel abgestürzt ist gut dann speichern wieder mal die hälfte der einnahmen 2 97 hatte ich oh da steht es 40 gold silberstücke ist ja nichts ah ihr seid es meister rupert was tut ihr hier nun wie immer ich wette gerne kämpfe sind meine große leidenschaft müsst ihr wissen übrigens habe ich gesehen wie ihr gegen die robeck brüder gekämpft habt das war ein großartiger sieg hab dank hört mal ich habe ein angebot für euch was die wetten angeht und leicht verdientes geld ähm wenn ich verliere kriege ich eine belohnung das problem ist ich kann drauf gehen also nein ich muss mich anderen dingen widmen meister rupert es tut mir leid vielleicht ein andermal wie ihr wünscht ich bin hier falls ihr eure meinung ändert werde ich nicht seid ihr bereit öffnet dieses tor damit wir es hinter uns bringen können ja mein herr möge rollor mich beschützen ich bin einverstanden damit in einem faustkampf zu verlieren oder sowas und dadurch dann halt irgendwie gold einzustreichen aber so hört mich an ihr die ihr den nervenkitzel des kampfes liebt die götter ehren uns nun mit einer darbietung die eines zwei männer die ihren wert nicht mehr unter beweis stellen müssen werden nun erlaubt mir euch ser simon vorzustellen den tapferen ritter aus rosengarten und seinen mächtigen kriegshammer das ist ärgerlich das ist gegen meine rüstung der entgegen aller erwartungen errock und die rubeck brüder besiegte die wetten stehen 2 zu 1 für azor ahai ich hoffe ihr habt eure wetten gesetzt einer dieser zwei champions nur einer von ihnen wird aus diesem duell als sieger hervorgehen was den besiegt oder tot azor ahai azor ahai azor ahai so 71 70 ohja es zieht ein kleines bisschen mehr ab gefühlt und genau und jetzt habe ich noch betäubt durch die betäubung ist er sofort aufgesprungen interessant oh der hat sich geheilt ärgerlich jetzt wird das einsetzen können das hingegen nicht azor ahai steht kurz vor dem sieg ja ja oh da hat er sich nochmal geheilt das ist schon ärgerlich wie oft sie da sich heilen das ist eine bitterter azor ahai scheint am ende seiner kräfte zu sein nein noch nicht nein noch nicht jetzt habe ich jetzt habe ich ok dann trinke ich yeah der crit und rip unglaublich azor ahai hat sehr simon besiegt was meint ihr meine freunde sollen wir den besiegten verschonen lasst ihn leben lasst ihn leben lasst ihn leben und was meint der sieger ja dann lassen wir ihn halt leben ein sieg ist ein sieg er wird nicht strahlender wenn der schatten des todes über ihm hängt dann wieder einmal ein grandioser kampf einen moment lang dachte ich bereits wird lucifer der großartigste kämpfer der je in diesen ring gestiegen ist er gewann so oft dass niemand mehr gegen ihn antreten wollte er verließ uns daher und brach zu den freien städten auf nun danke wo ist meine belohnung hier ist sie ich hoffe ich sehe euch schon bald wieder tja wie oft kann ich das machen ach ich weiß nicht irgendwie ist mir nicht mehr danach noch mehr köpfe einzuschlagen wobei einfach um die nebenquests zu beenden denke ich mal würde ich das einfach mal weitermachen aber ich würde jetzt gerne die gespräche überspringen ja ich will noch mehr ein mann dem das sein name ist beja und er kann sich bereits allerdings muss ich euch warnen er ist ein erbitterter gegner ich bezweifle dass er ihn heute ehrlich gesagt glaube ich nicht dass ihr mit eurem bisher zur schau gestellten können überhaupt eine chance habt wie hoch ist die gewinn aber wie ich schon sagte seid ihr einverstanden ihr fand macht euch unten bereit gut gut dann speichere ich und ich skele kurz gut es gibt nämlich einmal den gegenangriff ah ja hier bei status am boden des gegners schaden mal 2 und blutung und dann gibt es noch den gegenangriff das ist sehr gut lore ihr werdet widerstandsfeger gegen feuer was dazu führt dass ihr bedeutend weniger schaden erleidet mhm ihr setzt Pech und Ölein um eure Waffe in Brand zu stecken das verursacht höheren Schaden und bewegt dass sich das Feuer doppelt so gut ausbreitet kennt ihr eure Waffe unerzinnbares für den Flamse ach dafür muss ich beides beherrschen schade Kampf und zwar benutze ich auch mal einen Hammer dann würde ich einfach mal ein paar Punkte da rein stecken und momentan benutze ich auch eine Axt dann würde ich auch noch gerne ein paar Punkte in Rüstung setzen und Charakterziege sind in Ordnung gut was wollt ihr mein Herr äh was hält das Publikum von mir die Menge liebt euch mein Herr kann ich sonst noch etwas für euch tun äh sagt mir wie die Wetten stehen Meister die Wetten stehen 3 zu 1 für euch im Moment ist es also verlockender auf euren Gegner zu setzen kann ich sonst noch etwas für euch tun mhm schließt bitte eine Wette für mich ab sehr gerne mein Herr sehr gerne mein Herr auf wen wollt ihr in diesem Kampf setzen setzt auf mich es kommt nicht in Frage zu verlieren oder aufzugeben wie ihr wünscht wie viel wollt ihr setzen die Mindestsumme ist 10 Silberhirsche die höchste 20 ich habe zwei Goldstücke wir können auch gleich das Beste draus machen gut ich kümmere mich um den Einsatz natürlich erhalte ich einen Anteil falls die Wette Gewinn abwirft als Gegenleistung für meine Dienste viel Glück mein Herr kommt dann nach eurem Kampf zu mir okay ich habe nicht gedacht dass ich auch auf mich setzen könnte aber so macht das ganze natürlich wesentlich mehr Sinn so wollen wir mal es kann losgehen ich lasse ihn dann am Leben wenn ich nochmal 20 Silberhirsche dafür kriege und ich muss ja den Mann nicht unbedingt töten wofür auch Freunde wir ich präsentiere es ihr also wie gesagt ich würde jetzt ungern noch extra das Hinge hören gut also hauen wir ihn um und dann pumpen wir noch richtig viel Schaden hinterher ja genau so hier kann ich ihn verfehlen während er am Boden liegt okay dann sollte ich mich mal heilen das ist ein erbitterter Kampf also Ahai scheint am Ende seiner Kräfte zu sollen dann machen wir das hier wow er hat mich erledigt wie nicht ein Wein was mein ich finde der Sand in diesem Ring nun nun stirb wow danke danke aber sowas habe ich erwartet deswegen speichere ich gut ähm mit Rupert habe ich geredet was wollt was wollt ihr mein Herr was zunächst dann wir nehmen wir falls ich 20 sind da die Wettens wenn ich auf der an wenn ja verstehe es ihr müsst allerdings vorsichtig sein eine Nieder und und um das Publikum zu erfreuen müsst ihr ihm so oft seinen Willen erfüllen wie ihr könnt sowohl im Kampf als auch beim Trinken eine Runde für jeden wird die Leute sicher auf eure Seite bringen aber betrachten natürlich darf keiner merken dass ihr absichtlich verliert das ist alles ich empfehle euch schließlich noch vor jedem Kampf mit eurem Gegner zu sprechen um zu wissen mit wie kann ich sonst noch etwas für euch tun ich komme später wieder auf wiedersehen Meister gut das heißt ich habe auf jeden Fall das abgegeben gut dann mit habe ich auch das nochmal aufgefüllt seid ihr bereit öff öff wer d co sowohl so jetzt schon na also es war doch wesentlich einfacher was meint ihr meine freunde soll der besiegte verschont werden tötet ihn tötet ihn tötet ihn und was meint der sieger ein sieg ist ein sieg das reicht mir ich meine da eine person ins mikrobuch eingeschrieben eingeschrien danke dass er mein bruder verschont hat dies gehört euch sehr gut also meister wie liefen die wetten sie haben natürlich früchte getragen hier ist euer anteil ich werde reich wieder ein ich hoffe ich sehe wie oft kann ich das noch machen nun ich kann mir forscht ihr sucht nach einem weiteren kampf nicht wenn das so ist ich hätte das klingt gut gegen einen waffenmeister aus der freien stadt bravo er nennt sich alle allerdings muss ich euch machen er ist ein sehr ernstzunehmender gegner ich glaube also abgemacht macht euch und also ich meine ich habe auch den typen besiegt obwohl es hieß das ist nicht möglich und ich jetzt noch mal machen was wollt ihr meine mein herr nun da ihr nicht ihren wünschen gemäß gehandelt habt kann ich sonst noch etwas für euch tun sehr gerne auf wen wollt ihr in diesem kampf setzen setzt auf mich es kommt wie ihr wünscht wie viel wollt ihr setzen die mindest sehr gut viel glück mein herr gut dann hätten wir das ich habe eigentlich keine haltränke benutzt wir speichern wieder einmal und dann geht es ab seid ihr bereit öffnet dieses ja mein herr möge ruller mich freunde freunde dies be die und setz achso 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 gut dann machen wir gegenangriff wirklich so es es ist es Was heißt hier unbesiegbar? Das ist ein erbitterter Kampf. Azor Ahal scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Äh, okay. Trink nochmal ganz schnell. Wow, ist das schon nervig. Da, wieso hat er ihn nicht gleich auf den Boden geworfen? Wow. Schon ärgerlich. Irgendwas habe ich gemacht. Ich habe die Heiltränke aufgefüllt, aber... Das war... Naja. Ich habe ihn nur zwei benutzen können. Gut. Ne. Zuhauen. Lass doch mal zuhauen. Jetzt unterbrechen wir ihn. Und dann hauen wir nochmal eine Blutung drauf. Yes. Wenn er unbesiegbar ist, will ich ihn nicht wirklich zu nahe kommen. Au. Das ist schon lästig, dass er mich immer noch treffen kann. Das ist ein erbitterter Kampf. Also, Ahai scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Das ist schwer. Ich kann mir ja doch nochmal so eine Fiole mit Feuer kaufen, oder nicht? Äh, mit Öl. Ah, hier, ein zinnbares Öl. Wieso habe ich das eigentlich nicht vorher gemacht? Ich habe sogar schon drei Goldstücke mittlerweile. Seid ihr bereit? Äh, möge... Wie? Seid... Azor Ahai! Azor Ahai! Azor Ahai! Oh, das ist sehr ärgerlich. Das ist doppelt ärgerlich. Oh Gott, das habe ich echt verkackt. Das ist ein erbitterter Kampf. Azor Ahai scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Wow. Yes. Diesmal hat es funktioniert. Gut. Was wollt ihr, mein Herr? Ich komme... Yeah, 26 Silber. Aber... Hier ist's. Ich hoffe, ich sehe... Gut. Ähm... Ich such mal, ob ich andere Quests machen kann. Das war ein fairer Kampf. Scheint, als ob du doch mit der Klinge umgehen könntest. Ich hätte dem sogenannten Waffenmeister gern selbst das Gesicht aufgeschnitten. Ich hätte keinen Moment lang gezögert, ihm den Rest zu geben. Ich kann hier mit noch mehr Leuten reden. Man kann es wahrlich nicht bestreiten. Ihr seid ein Krieger in seinen besten Zeiten. Ich danke euch. Gütig wart ihr und habt mich verschont. Mit meiner Schmach werdet ihr nun belohnt. Wie es scheint, habe ich mich überschätzt. Ich fühle mich in meinem Stolz verletzt. Ich war auf. Ich habe wohl zu viel Wein getrunken. Ja, so tief bin ich schon gesund. Er reimt. Die Zukunft verspricht für euch Ehre und Ruhm. Nun gehe ich, vergeb mir. Ich habe zu tun. Er verschwinde bitte. Wühl der Säufer. Willkommen. Man nennt mich Wühl, den Säufer. Was kann ich für euch tun, mein Freund? Ich hätte nicht gedacht, dass man an einem Ort wie diesem hier etwas zu trinken bekommt. Ossefer behauptet, wenn die Leute trinken wollen und zahlen können, sollte man ihnen noch geben, wonach sie verlangen. Und glaubt mir, die können zahlen. Arbeitet ihr schon lange hier? Hm, höchstens ein paar Wochen. Und ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Verstehe. Ihr habt bestimmt schon einige Kämpfer durch diese Türen kommen sehen. Ein paar, ja. Wie ihr seht, haben wir welche von jeder Sorte. Ich weiß ein bisschen Bescheid über die, die noch am Leben sind. Aber nicht, dass ihr glaubt, ich würde Fremden einfach so alles auf die Nase binden. Nicht einmal für ein paar Münzen? Wir werden sehen. Reden wir später. Okay. Wieso stehe ich plötzlich hier? Willkommen. Man nennt mich Wühl, den Säufer. Was? Na, kommt schon, Säufer. Füllt die Becher. Habt ihr gehört, Jungs? Dieser Mann hier gibt uns allen... Sehr schön. Jetzt wird mich die Masse lieben. Und... Ich mach die nächste Runde. Ach so. Seid ihr auf der Suche nach etwas Nervenkitzel? Dann hat... Umso besser. Dieses Mal will ich keine Kosten und Mühen. Ihr und ein Kämpfer eurer Wahl gegen zwei Brüder von den Eis... Allerdings muss ich euch warnen. Mit... Es ist an euch zu entscheiden, mein Freund. Ihr könnt einen der Männer wählen, gegen die ihr bereits gekämpft habt. Gut. Und deren Herz noch schlägt. Dann hätte ich gerne Aleko. Ich werde an der Seite von Aleko, dem Mann aus Perfekt. Und was ist... Gewinnt ihr? Erhält jeder von euch einen Golddrachen und etwa 100 Silberhirsche. Nun gut. Wenn wir gewinnen, will ich ungeachtet meiner Entscheidung, unsere Gegner zu verschonen oder zu töten, dass er meinen Befehlen folgt, als habe er mir die Treue geschworen. Ist das klar? Vollkommen. Wenn euer Partner nach eigenem Gutdünken handelt, ist er des Todes. Ich werde sicher gehen. Gut. Haltet eure Drachen bereit. Ich kann euch nur für eure Selbstsicherheit vor dem Kampf... Euer Partner wird unten auf euch warten. Geht hier... Wow. Ernsthaft? So schwer soll der Kampf sein? Ja. Da seid ihr ja. Es ist Zeit. Meine Schwerter dürsten nach Blut. Ich zähle auf euch, Meister. Gut. Dann... Rupert. Was wollt ihr, mein Herr? Sehr gern. Auf wen wollt ihr in diesem Kampf setzen? Wie ihr wünscht? Wie viel wollt ihr setzen? Die Mindestsumme ist 10 Silberhirsche. Setzt diese 20 Silberhirsche. Gut. Ich kümmere... Viel Glück, mein Herr. So. Was sagt denn mein Inventar? Mein Inventar sagt, dass es noch eine Anwendung an Öl hat. Sollte dann reichen. So. Speichern. Bestätigen. Seid ihr bereit? Öffnet dieses Tor, damit wir es hin... Ja. Möge Rollor... Einen Cup begrüßt alle... Diese zwei Krieger werden sich... Die Wetten... Die Waffenmeister gegen die Champions... Ah, er brennt. Yes. Ich kann ihn noch mehr in die Luft jagen. Das... War... Gut. Das war einfach nur fucking gut. Oh, der hat mich gewarnt, dass ich es nicht hinkriege. Hahaha. Trotz ihres Könnens sind ihre Gegner geschlagen. Was meint ihr, meine Freunde? Sollen wir die Besiegten verschonen? Oder sie für ihre Niederlage bezahlen lassen? Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Und was meinen die Sieger? Tja. Die Masse hat gerufen. Wer mich herausfordert, soll dafür bezahlen. Verkündet ist, was die Sieger wollen. Nun werden eure Köpfe rollen. Möge Rollor euch willkommen heißen. Valar, Morgulis! Äh. Die Betonung ist irgendwie seltsam. Tja. Diese eine Person hat gefeiert. Vor allem, man hat ja wirklich die Geräuschkulisse von hunderten von Leuten. Und dann schreit da einer Hurra. So, Golddrache und hundert Silberstücke habe ich gehört. Und das wird wahrscheinlich auch der letzte Kampf gewesen sein. Ernsthaft? Es geht weiter? Es geht ernsthaft weiter? Okay. Lucifer. Der große Lucifer ist zurück. Ist das nicht wundervoll? Ihr müsst euch ihm unbedingt stellen. Das wäre der Kampf des Jahrhunderts. Und es würde wett... Seid ihr einverstanden, gegen ihn zu kämpfen? Ja, sagt eurem Champion Bescheid, Ossifer. Ich werde der Mech... Hervorragend! Wenn ihr ihn... Reicht... Oh, mindestens drei Golddrachen. Das lässt sich unmöglich genau vorhersagen. Das hängt von den Wetteinsätzen ab. Aber ich versichere euch... Nun, umso besser. Ich hatte nicht vor, nur um... Allerdings muss ich euch warnen. Dieses Mal werdet ihr... Seid ihr immer noch bereit, unter diesen Bedingungen anzutreten? Auf Leben und Tod? Geht und macht euch unten... Gut. Ich wurde nicht mal gewarnt, dass ich mit den aktuellen... Situationen damit nicht so klarkommen könnte. Ja, Ossifer. Seid ihr verrückt? Wie wird... Das wird ein denkwürdiger Kampf. Oh, wie aufregend. Erspart mir die Einzelheiten. Sie stehen außerordentlich dürftig. 5 zu 1 gegen euch. Niemand glaubt, dass ihr dieses Mal gewinnt. Aber ich kann trotzdem eine Wette für... Außerdem hat Ossifer die Höchstsumme verdoppelt, die gesetzt werden darf. Ihr könnt bis zu 40 Silberhirsche setzen. Hier, bitte, setzt alles auf mich. Sehr gut. Und keiner... Gut. Dann kaufen wir Öl. Haben bereits 5 Golddrachen. Und dann machen wir uns bereit für diesen absolut Bullshit-Kampf. Stimmt eigentlich. Die Waffen, die hier drin sind, die sind nicht besser als das, was sie... Oh. Ach, die Axe ist besser. Auch wenn nicht sehr viel. Aber sie ist besser. Na gut. Seid ihr bereit? Öffnet diese... Ja. Mögel Rollor... Ich hoffe, ich habe gespeichert. Oh, der sieht aus, als hätte er eine heftige Rüstung. Und er sieht blind aus. Ja, gibt nicht so viel mit mir an. Und wurde noch nie besiegt. Ja. Er steht hier vor euch. Bereit, Blut zu vergießen. Der große... Luzifer! Ach, ich bin gar nicht gemeint. Na gut. Gefordert wird er vom Kämpfer aller Kämpfer. Von ihm, der den Tod bringt. Ja, ich habe drei Leute am Leben gelassen. Und einzig waren Anwärter auf den Titel des großen Champions. Azor Ahai. Wie sehr liebt ihr unsere Helden? Lasst es mich hören. Ihr Kampf wird gemäß unseren ältesten Re... Ein... Dies wird das großartigste Spektakel eures ganzen Lebens. Azor Ahai. Azor Ahai. Azor Ahai. Ich kann das alles leider nicht unterbrechen. Aber das ist echt mächtig, was der da alles einsetzt. Gut. Oh, shit. Wow. Ähm, ich glaube, ich sollte... Ein bisschen aufpassen, wann ich was benutze. Seid ihr bereit? Öff. Mügel rollt. Gut. Dies wird... Azor Ahai. Gut, das sollte passen. Anhaltender Schaden, Unterbrechung. Oh, dann... Mach ich doch lieber das. Außerdem braucht es weniger Energie. Wieso brennt er nicht? Er fängt nicht an zu brennen. Das ist ein abbildlicher Kampf. Azor Ahai scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Wieso brennt er nicht? Jetzt brennt er. Was? Okay, ich muss mit der Axt gegen ihn kämpfen. Das dauert das Ganze zu lang. Das ist echt hart. Also der Kampf ist echt hart. Hätte ich so heftig nicht erwartet. Also ich muss auf jeden Fall auch wieder mit der Axt kämpfen. Dann kann ich ihn nämlich verängstigen. Weil jetzt habe ich endlich mal gelernt, was Verängstigen macht. Seid ihr bereit? Möge... Wunderbar. Wow. Dann machen wir das gleich mal weiter. Oh. Oh. Ist fehlgeschlagen. Okay. Oh. Und er ist eingeschüchtert. Nicht genug Energie. Wunderbar. Das ist ein... Azor Ahai steht kurz vor dem Sieg. Oh nein. nur Fjolen können benutzt werden. Sehr gut. nein so knapp so diesmal aber okay dann werfe ich das hier nach oben und dann kann ich das hier benutzen nein wieso viel geschlagen das ist ein erbitterter Kampf das kann doch echt nicht wahr sein also erreichend am Ende seiner Kräfte zu sein hä? ich hab doch meine Fähigkeit benutzt ich verstehe das echt nicht so ganz wow wow ich glaube für den bin ich echt noch nicht bereit dann laufe ich ein bisschen durch die Gegend und suche nach Quests du hast hier nichts verloren geh auf die andere Seite oh das äh ich wollte eigentlich zum Ausgang ist das der Ausgang? ja tatsächlich ich sollte auf jeden Fall noch ein Level abmachen wo ich da was mache das Independent so